In 90% aller Hits ist der älteste Vocal-Trick aller Zeiten zu hören und trotzdem beobachte ich seit Jahren in meinen Coachings, dass dieser Trick oder besser gesagt diese Technik gelinde gesagt ignoriert wird, obwohl sie nicht nur super weit verbreitet ist, sondern auch schon von Einsteigern ganz einfach umgesetzt werden kann. Am Ende dieses Videos weißt du auf jeden Fall, welcher Trick das ist, auch wenn du es vielleicht jetzt schon erahnen solltest. Nein, ich zeige dir auch, wie du ihn heutzutage ganz einfach mit und ohne Plugins umsetzen kannst und am Schluss sogar noch, wie du das Ganze ins neue Jahrtausend heben kannst. Jetzt, Recording-Blog. Dieser Trick ist so alt wie die Musik und wenn man mal den Blick ein bisschen weitet, ist er nicht nur auf Vocals und Popmusik beschränkt, sondern in fast allen Genres und Instrumentengruppen zu Hause. Du ahnst es sicherlich schon, es geht um das Doppeln, aber bleib noch kurz bei mir, denn ich bin mir sicher, ich habe auch für dich als Wissenden noch die ein oder andere Anregung oder Idee zum Doppeln auf Lager, die es sich lohnt, für deine nächste Produktion parat zu haben. Der älteste Trick, um Vocals also größer, fetter oder vielleicht einfach nur interessanter zu gestalten, ist das Doppeln. Und hier meine ich speziell das Monodoppeln. Darunter versteht man, dass eine Aufnahme nochmal ganz genauso gemacht wird, um sie dann bildlich gesehen Mono hinter die Hauptstimme zu stellen. Also zweite Stimme aufnehmen, Panorama auf Center und per Lautstärkefader dann einfach dazuschieben, je nach Geschmack. Das lässt sich übrigens mit beliebig vielen Stimmen steigern und kommt sogar noch besser, wenn die zusätzlichen Doppelungen von anderen gesungen werden und, für noch mehr Sound, gerne auch mal eine Oktave höher oder tiefer, aber das nur am Rande. Falls du dich übrigens fragst, wie präzise, also wie genau man hier beim Doppeln sein muss, so genau oder ungenau, wie du magst oder kannst. Es muss nicht immer die perfekte Doppelung sein, um einen coolen Effekt zu erzielen. Während zum Beispiel Dave Grohl von den Foo Fighters extrem genau doppelt, war es John Lennon von den Beatles oftmals total egal, ob er exakt drauf war oder einige Wörter entweder timingtechnisch oder tonal voll daneben waren. Hier gilt es einfach auszuprobieren und auszuprobieren ist ja sowieso immer eine gute Idee im Studio. Ausprobieren ohne Zeitdruck, denn mit Zeitdruck geht es meistens schief oder es wird zumindest nicht so gut, wie es werden könnte. Jetzt hat aber nicht jeder den Luxus, mindestens zwei perfekte Aufnahmen von den Vocals vorliegen zu haben oder es gibt auch einfach Sänger, die das schlichtweg nicht können, was ja absolut nicht verwerflich ist. In unseren modernen DAW-Zeiten gibt es auch dafür natürlich verschiedene Wege und Mittel, aus einer Aufnahme eine weitere oder sogar mehrere zu machen. Die einfachste, dupliziere deine Hauptaufnahme, verstimme das Ganze um ein paar Cent rauf oder runter und dann verzögere die Spur noch um, sagen wir mal, bis zu 20 Millisekunden und voila, einfacher geht's nicht. Noch etwas besser klingt es, wenn du die Hauptstimme nicht statisch verstimmst, sondern entweder die Tonhöhenkorrektur aus deiner DAW oder ein Autotune-Plugin, wie ich hier zum Beispiel den Crispy Tuner nimmst. Wenn es dann noch größer werden soll, reicht eine Monodopplung natürlich nicht mehr aus. Aber mit dem kostenlosen Wider von Polyverse ist ja auch das kein Problem mehr. Einfach den gedoppelten, verzögerten und verstimmten Kanal auf Stereo umschalten, ganz wichtig. Wider drauf, Breite nach Geschmack, Feder hoch und Bäm, da ist das Ding. Aber die Deluxe-Variante für noch besser gedoppelte Vocals ist seit kurzem die duplizierte Stimme mithilfe einer Stimmen-KI noch mehr zu verändern. Einfach den Sänger deiner Wahl drauf loslassen und das Ganze dann wie gehabt nach Geschmack dazuschieben. Und wie genau das geht, das habe ich dir in diesem Video schon mal verraten. Da sehen wir uns dann, bis die Tage, mach's gut und jassu!